Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu War Thunder. In der letzten Folge haben wir eine Luftschlacht mit meinen Bombern gemacht, meinen uralten. Und jetzt nehmen wir eine kleine Tour mit meinen Panzern von damals. Wo ich glaube, dass das hier irgendwie ein Spezialpanzer ist, weil der ist irgendwie golden. Und der ist irgendwie schicker, würde ich mal sagen, wie der Panzer hier. Aber egal, wir werden eine kleine Arkadpanzerschlacht machen. Schauen wir mal, wie viel lang ich diesmal durchhalte. Ich war noch nie der wirkliche World of Tanks Spieler. Vielleicht bin ich der War Thunder Panzerspieler, wer weiß es. Also, let's get straight into it, würde ich mal sagen. Ähm, wie schnell ist denn der? 48 kmh. Nicht schlecht für einen kleinen Panzer. Ich habe bloß absolut keinen Plan, wie gut das funktioniert. Das könnte ein Problem werden. Ich weiß auch nicht ganz, was die Fahrzeugdecks sind. Da müssen wir halt, je nachdem, wie lange die Folge ist, allein schon beim Kumpenkämpfen, schauen wir uns nochmal durch. Ähm, das ist halt echt, wie lange her. Und ich glaube, ich habe Post, da unten mein Postzeichen blinkt. Hm, schau mal. Kampfeinstufung 4,3. Was heißt denn hier 4,3? Ich habe 0,0. Suche nach einer Schlacht, ja, seit ein paar Sekunden schon. Hallo? Der Kreis, der, wenn der Panzer im Kreis fährt, findet der nix. Der muss rausfahren. Ah, hat irgendwas gefunden. Was zum Fick ist das? Ist das eine Stadt? Festung? Okay, ähm. Standard. Ja, äh, letzt beginnt, würde ich sagen, ne? Ich habe keinen Plan. Was ist denn das? Ich kann sie die Basis dann noch machen. Let's go, Jungs. Go, 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 ab in die Festung. Halt, stopp, Leute. Ich will, ja, dann fahr mal dahin. Okay, ja, ja, ja. Hallo? Alter, ich baller gleich die vor die Schnauze, ne? Hallo? Wir sind noch nicht im Kampffeld. Spart euch die Munition. Was ist mit dem passiert? Hui. Wie kommen wir am besten in die Festung? Wo bin ich überhaupt? Ach, ich bin nach außen. It could be the problem. Weißt du, dass ich das andere Problem sehe, dass ich Leute... Alter, das dauert drei Jahre. So, wer ist schneller von uns beiden? Fuck, der ist schneller. Der ist echt schneller. Hat der Arsch mir jetzt echt grad reingeschossen? Ähm, wie kann ich mich reparieren? Jetzt schiebt nicht, ich kann doch auch nichts dafür. Ich bin ausgeschaltet. Es funktioniert hier nix mehr. Ich bin kaputt. Aber ich wette, das war eher eigentlich... Ich wette, mich hat der Depp von hinter mir abgeschossen. Weil der Schuss kam nicht von der Seite, glaube ich. Ganz ehrlich. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und irgendwie heilen konnte ich mich auch nicht. Das ging sehr, sehr schnell. Bin ich? Okay, let's go diesmal die hier lang. Ich hab diesmal ein besseres Panzer, Lee. Schau, wie gut ich mit dem... Yo, da ist ein Panzergrube. In Angriff, Jungs. Hui! Aber man merkt schon, die Panzer brauchen nicht zehn... Was ist denn, fünf? Ich glaube, wir müssen dann mal fünf ausprozessen. Das schaut sehr interessant aus. Hallo! Shit! Bringt den Dreckspanzer da rauf! Ich will da hin! Wir fahren mal durch das Eingangstor. Was denn? Kann die Luftschreie mit dem Bomber beginnen? Wir fahren mal durch das Eingangstor. Aha! Aha! Au! Ach so! Wir müssen mal kurz das reparieren. Das scheint kaputt zu sein. Okay, los, Reiner. Nee, warte mal, das ist doch der, oder? Da bewegt sich sicher was. What the fuck? Von was wurde ich denn jetzt getroffen? Wie kann ich zoomen? Hallo? Feind zerstört, what? War ich das? Nee. Doch, war ich. Nice. Ah, hier trifft mich hoffentlich nicht so schnell einer. Das ist gleich gar nicht doof jetzt hier. Wie viel Panzer hat denn der Feind noch? Wir scheinen gut dran zu sein im Gegensatz zum Feind. Komm schon. Alter, das ist irgendwie reparieren als... Oh, da oben sind unsere Flugzeuge. Haha. Gut. In den Kampf. Wee. Alter, hier schaut aus. Ah, ich kann jetzt sozusagen im Flugzeug starten, oder was? In die Stadt hinein. Als ob die jetzt in das Flugzeug... Au. Ey, what? Alter, mit einem Sch... Äh, Panzerjäger. Okay. Zurück zum Hangar. Ach so, ja, ich kann... Fuck, ich also... Oh, what the fuck ist denn das? Also, ich darf nur... Fliegen, wenn ich noch einen Panzer habe. Ah. Ja. In die Schlacht, was mache ich in der Schlacht? Ah, nee, warte mal, absprechen. Da wollte ich nicht hin. Ich wollte gucken, was Fahrzeugdecks sind. Das sind meine Fahr... Ach so, das ist dann was, in welchem Deck es. Ah, wahrscheinlich für die großen Battles, oder? Warte mal, was gibt es denn noch für Battles? Simulator... Äh, Simulator-Schlacht. Im Simulator-Modus finden Schlachten, wie auch im... Für die Simulator-Schlacht-Schlacht. Die Spieler sind in zwei Teams aufgeladen, die historische Kämpfe... Ah, what the fuck? Lerne mehr über eigene Schlacht? Realistische Panzerschlacht. Gibt es nicht so eine allgemeine realistische Seeschlacht? Wie soll ich eine Seeschlacht machen ohne Schiffe? Das wird mich interessieren. Forschung. So. Hochseeflotte. Guck mal an. Hubschrauber. Dafür muss ich erst mit... What? Oder mit 390. Kann ich bei dem sozusagen ein... ...paddeln. Und dann habe ich Helikopter hier. Küstenflotte. Ich würde mir irgend so eine forschen. Besatzung ausfällen. Ah, fuck. Ich habe ja nur Besatzungen. Oh, Gott. Man muss irgendwelche... Was ist das? Beschleunigen. Okay, das ist interessant. Aha, ich kann umwandeln. Aber dafür bräuchte man ja diese komischen Marken. Wo sieht man denn, ob man welche hat? Golden Eagles. Ah, okay. Da steht es einfach für 66 Euro. Kriege ich 1000 für 600. Aua. Also, äh... Andere Spiele sind teurer, aber... What the fuck? In-Game-Shop? Das ist jetzt, was ich in Kisten finde, oder was? BfW Jagdpanther. Black Prince. Für 299, oder was? Hä? Ja, für 299 kann ich die kaufen. What the fuck? Ich kann... Uh, vielleicht können wir noch ein Kampfflugzeug mal kaufen. Obwohl, so ein Jagdpanther ist natürlich... Tiger! Oh Gott. Bist du sicher, dass du... Du rekrutentrophier Fahrzeug für 200... Ist das ein Tiger? Oder ist das falsch verstanden? Nein! Och, Mann. Premium-Konto für 3 Tage. Oh Gott, das werde ich ja nicht nutzen. Ach so, da könnte einer drin sein. Boah, man sollte es checken. Inventar, was ist denn das jetzt hier? Aktivieren. Aktivieren. Ja. Konvertierbar. Ich habe eine Spitfire! Sag mir doch jemand, dass ich eine Spitfire habe. Die könnte ich einsetzen. Zwischen doch eine Jagdflugfäger, glaube ich, gar nicht. Blöd. Luftwaffe. Wo ist denn die Spitfire? Ach nee, warte mal. Spitfire ist was anderes, ne? Forschen, forschen. Sturzkampfbomber. Warum ist denn der da? Forschen? Oh Gott, das will. Ist das alles schweineteuer? Küsten. Also, warte mal. Ich schau mal hier noch. Was haben die denn da schon? Was ist denn das da? Hör, was ist jetzt passiert? Ich erhalte einfach ein Profilbild, weil ich im Game bin. Sieg in der Mission. Oh. Ich würde mir die Game mal anschauen. Vorschau. Okay. Also ausschauen tun die Schiffe auch nicht schlecht. Das muss man ihnen ja lassen. Was haben die denn? Was haben die denn jetzt hier bei... Ich hab' dacht, die haben auch U-Boote. Ich würde mir gerne mal die Brooklyn anschauen. Ich würde mir gerne mal die Brooklyn anschauen. Schlachten. Da krieg ich doch bestimmt auch irgendwas, was ich wieder krieg. 7.000. Also rein schrittlich kann ich die 30 für 11.000. Das ist ja überhaupt nichts. Wenn ich das vergleiche, also 150 zahle ich einen Euro. Für 150 krieg ich 58.000. Also für einen Euro krieg ich 58.000. Silver Lions. Kann man nehmen, wie man will. What the fuck? Küstenflotte. Was vorstehe ich denn bitte schon in der Küstenflotte? Der Hochsieflotte. Überfordert. Die Wunderhust. Okay. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, ihr habt's gefallen. Vielleicht kommen noch ein paar Folgen, vielleicht noch nicht. Ihr könnt es ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr sehen wollt. Und ja, ich hoffe, ihr habt's gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von irgendwas anderem wieder. Also, bis dann. Ciao. Bis dann. 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 Bis zum nächsten Mal.